Anna Ivanovic zeigt ihre Bauchmuskeln in einem knappen Bikini. Die ehemalige Tennisspielerin genießt derzeit ihren Urlaub in Griechenland mit Ehemann Bastian Schweinsteiger. Den atemberaubenden Ausblick auf das blaue Meer teilt sie auf Instagram. In einer aktuellen Bilderreihe präsentiert sich Anna in einem schwarzen Bikini und zeigt ihre stählernen Bauchmuskeln. Auf einem weiteren Schnappschuss zeigt sich die dreifache Mama total natürlich in kakifarbener Bademode. Einen Tag zuvor postete Anna schon Urlaubsbilder, diesmal auch mit Bastian. Das Leben besteht aus diesen schönen Erinnerungen, schreibt sie zu den Fotos. Das Paar zeigt sich vor dem türkisfarbenen Meer und genießt offenbar jede Minute. Anna und Bastian sind seit 2016 verheiratet und haben drei Kinder. In der Sportwelt gelten sie als absolutes Traumpaar. Bastian erinnert sich im Podcast Phrasenmäher an seinen besonderen Heiratsantrag in London. Dort mietete er heimlich den Park aus dem Film Notting Hill für diesen unvergesslichen Moment.